Jetzt wirst du 80 Meter hoch fliegen. Achtung, wir starten. Der spektakuläre Aeronaut. Du bist jetzt auf die Reise mit dem Gigant. Und wir mussten die Riesse. Das ist ein Eiffel, der ist so großartig. Das ist ein Eiffel, der ist so großartig. Und dann guck dir mal diese Ketten hier an. Ich will ja keine Nervosität herstellen, aber die Ketten sind nicht schlecht. Achtung, schreibe ich gerade auf die Bahn, weil er sich in eine Maserei zieht. Die sind ja schon oben gleich. Ja. Achtung, das ist richtig. Der fährt ja nicht die ganze Fahrt so schnell, sondern nur teilweise. Ja, der ist trotzdem so ultra. Bei den Aeronaut sehe ich jetzt häufig. Münze, ja. In Köln stehe ja bald wieder. So, sehe ich mal zu Hause von hier? Ja, in Köln fahre ich auch. In Köln fahre ich auch. In Blackland House fahre ich jetzt wahrscheinlich die nächste Saison. Wie kommt ihr mit der Hinten? Hinter den Berg. Hinter den Berg. Es geht ja. Von hier 25 Kilometer weg. Ja, also ich wollte mit der da hinten hinter so 10 Berge. Ja, ich wollte mit der da hinten hinter so 10 Berge. Vor allem war ja auch schlimm, dass ganze Bielefeld-Fans da rumgepurgelt haben in der Fahrt. Es ist besonders schlimm geworden seitdem wir in der ersten Liga sind. Ich finde leider Fahrzeiten technisch, dass der Jünger sehr schwach ist. Der Jünger? Ja. Gibt er jetzt gar nicht, oder wie? Er dreht meistens jetzt unten noch einmal auf. Dann war's das. Da geht's. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich bin hier auf. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Und die Mercedes-Benz ist jetzt meiner Kritik. Eigentlich müsste ich die Kinder auch davon einfach fahren, wegen Kau. Ich bin nicht schon gefahren. Ich bin nicht gefahren, er wird in Röntgen. Ja, schon der Jahr. Ich weiß, darf ich den Jahr das erste Mal besuchen? Ich auch. Wer ihn zum ersten Mal nicht gesehen hat, hat er zum ersten Mal gefahren. Ich bin aber beim letzten Jahr. Ja, das ist schon fast die Wannsache. Das war doch dieser Parkweg überhaupt nicht bloß weiter. Ja, aber für Erden sind wir das von der Kraft. Wo alle von der Böckung kommen? Egal. Die Röntgen sind ja immer noch in der Osten. Die Phasing Mouth. Äh, ja. Geistergarn. Eine Rolle in der Röntgen-Konferen. Die Böckung. Hollywood-Gorn. La 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 la.